Guten Morgen. Ich bin hier beim Zeus auf dem Olymp. Ich bin gestern am 5 Uhr hier unten abgelaufen und kurz vor dem Eindunkeln hier unterhalb der Bergspitze angekommen und habe hier genächtigt. Das ist mein Nachtlager mit Schlafsack und Zeltplachen. Es war also kühl. Normalerweise in der Mitte hat es eine Unterkunft. Normalerweise läuft man bis zur Unterkunft und macht dann den Aufstieg und den Abstieg wieder. Aber ja, ich habe jetzt gedacht, ich fasse gerade hier oben. Jetzt habe ich dafür eine wunderprächtige Aussicht. Schaut mal! Die Sonne ist am Aufgehen. Ich habe etwas Mühe mit den Scharfstellen. 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 Als wäre etwas Mühe mit den Scharfen künftig so etwas, dann steue ich noch einmal auf den Kopf HERREN. Jetzt be electrolyte ich etwas mit meiner Form nach oben und dann steue ich wieder runter. Nun bewege ich etwas Done und überlegte das Frye im Büch. Also dann … Adieu, bis zum nächsten Mal.